Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Homebrew Show. Wir schauen uns heute mal was anderes an, also keinen iOS-Tweak oder keinen Jailbreak-irgendwas oder für die Wii-irgendwas oder für die Xbox. Eigentlich schon für die Xbox und auch für die Playstation. Da gibt es nämlich aktuell Gerüchte rund um die Blockade von gebrauchten Spielen und Online-Zwängen in der Xbox 720 und der Playstation 4. Die Gerüchte gibt es schon länger, also mehrere Monate schon kommen immer wieder Gerüchte ins Tageslicht, wo es darum geht, dass die neue Generation an Konsolen wahrscheinlich viel, viel mehr Restriktionen bieten wird als die aktuelle. Also genau genommen geht es darum, dass die Gebrauchtspiele im Speziellen zerstört werden sollen, also sozusagen der Markt für die Gebrauchtspiele soll zerstört werden. Das Ganze soll so passieren, also wenn man sich die Berichte anschaut, soll das so realisiert werden, dass die Konsole zum ersten Mal immer online sein muss und zum zweiten Mal spezielle Sicherheitsvorkehrungen treffen wird, damit Gebrauchtspiele nur auf einer Konsole funktionieren. Also dass Spiele, die man sich selbst kauft, nur auf der jeweiligen Konsole funktionieren, auf der sie zum ersten Mal gespielt worden sind. Schauen wir uns das mal an. Ein aktueller Bericht von The Verge. Oh, falsches Tab, das kommt nachher. In einem aktuellen Bericht von The Verge geht es darum, dass die neue Xbox wahrscheinlich, also Gerüchten zufolge, eine Internetverbindung voraussetzt und mit dieser Internetverbindung gleichzeitig Gebrauchtspiele blockieren wird. Als Spieler sollte man dem Ganzen ziemlich, ziemlich negativ gegenüberstehen, weil im Grunde geht es darum, um nichts anderes, dass die Publisher schon seit längerem, also eigentlich schon seit Jahren, immer wieder meckern über die Gebrauchtspiele, dass das verlorenes Geld ist für die Leute, also für die Firmen und dass geschäftsschädigend ist. Filialen wie GameStop machen ihr Geld damit. Das darf man nicht vergessen. Die würde es nicht geben ohne die Gebrauchtspiele, weil an neuen Spielen selbst machen sie nicht wirklich viel Geld. Natürlich ist es dann, kann man sagen, keine direkte Entscheidung von Microsoft oder Sony, sondern wahrscheinlich eher ein Drängen von Publishern wie Activision und Konsorten, die einfach nicht wollen, dass Call of Duty 45 gebraucht, gekauft werden kann, für einen Preis von 10 Euro oder so. Das heißt natürlich dann auch, dass im Grunde, wenn man sich ein Spiel kauft, sofern so eine Restriktion in Kraft getreten ist bei neuen Konsolen, dass wenn man sich ein Spiel kauft, man dieses Spiel eigentlich nicht wirklich besitzt, weil man kann es ja nicht weiterverkaufen. Es gibt, glaube ich, keine Art von Besitz, die man nicht weiterverkaufen kann und das wäre eine Art von Besitz, die man nicht weiterverkaufen kann. Vormachen tut das Ganze schon seit längerem Steam, aber da kann man jetzt argumentieren, dass das digitaler Inhalt ist und das ist jetzt nicht wirklich sozusagen eine physikalische Sache, die du weitergeben kannst. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass du in Steam dir ein Spiel holst und dir nachher den CD-Key oder was auch immer einen Freund weitergibst für 5 Euro oder was auch immer. Und wahrscheinlich wollen die das Gleiche auch bei den physikalischen Spielen haben, ob das wirklich so gut ist. Für uns ist es auf alle Fälle nicht gut. Das Interessante ist, es sind alles noch Gerüchte, aber die Gerüchte kommen, wie gesagt, schon seit Monaten immer und immer wieder auf. Man kann da lesen in dem Artikel auf The Verge, was sich da alles dreht. Es geht eigentlich im Grunde nur darum, dass immer alles online sein muss und gebrauchte Spiele in dem Sinn ausgerottet werden, kann man sagen. Schauen wir uns mal das nächste an. Das ist vor einem Monat ungefähr passiert. Da hat Sony ganz still und heimlich ein Patent angemeldet, das genau darauf abzielt, Gebrauchtspiele zu blockieren. Schauen wir uns da mal die Quelle an, weil ich würde da gerne ein Bild haben von der ganzen Sache, damit ich euch das schöner zeigen kann. Das habe ich jetzt gerade nicht da, auf alle Fälle. Im Grunde geht es darum, dass das Patent, das Sony angemeldet hat, und man muss bedenken, das ist Anfang 2013 passiert und am 20. Februar, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist die große Vorstellung für Playstation und die Zukunft und so weiter. Das heißt, wahrscheinlich werden wir am 20. Februar die ersten Infos, also die ersten offiziellen Infos zur Playstation 4 bekommen und eine Patentanmeldung so kurz vor so einer Ankündigung und so weiter, das ist schon recht, also mir kommt es komisch vor und es kommt mir auch komisch vor, dass diese Gerüchte immer wieder aufkommen und dann kommen solche Patentanmeldungen und so weiter, dass das alles irgendwo im Kern eine Wahrheit hat, ist schon gut möglich. Auf alle Fälle, bei Sony geht es darum, dass die direkt, glaube ich, auf den Datenträgern Vorkehrungen treffen, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, du kaufst dir ein Spiel für die Playstation 4, theoretisch jetzt, das ist natürlich alles nicht bestätigt, legst das ein in deine Playstation, das Spiel bindet sich an deine Konsole und kann anschließend nicht mehr auf anderen Konsolen abgespielt werden. Das heißt, ihr könnt Spieler nicht mehr tauschen, ihr könnt Spieler nicht mehr im GameStop kaufen, die gebraucht sind, ihr könnt Spieler nicht mehr über Ebay verkaufen oder kaufen und ja, der ganze Gebrauchtspielmarkt wäre damit tot. Und ja, was ich hinaus will, ist, man sollte das boykottieren. Also so interessant ich die neuen Konsolen finde und so super lauernd die Grafik ausschauen wird auf den Dingen, aber wenn es dann heißt, man kann keine Spiele tauschen oder auf Ebay steigern oder verkaufen, wer hat das nicht schon mal gemacht, dass er sich irgendwo im Geschäft gekauft hat, ein Spiel und sich gedacht hat, ja, ich probiere es mal aus, wenn es mir nicht gefällt, verkaufe ich es halt wieder oder ich stelle es auf Ebay oder was auch immer. Das ist schon vielen oft sicher passiert und das funktioniert dann in dem Grad nicht mehr. Das ist auch eigentlich, ist es in dem Sinn nur gut für große Publisher wie Activision zum Beispiel mit Call of Duty 97, weil die kleineren Publisher und so weiter, meiner Meinung nach, profitieren alle davon, wenn Gebrauchtspiele gehandelt werden, weil, sagen wir jetzt einmal, ein Spieler, der nicht so viel Geld hat und sich halt auf sein Genre spezialisiert und immer da das neue Final Fantasy kauft oder was auch immer in seinem kleinen Umfeld einkauft und nie wirklich einen Blick über den Tellerrand wirft, weil er nicht das Geld hat dazu, der wird wahrscheinlich irgendwann einmal kurz einen Blick über den Tellerrand werfen, weil er irgendwo sieht, um 5 Euro ein gebrauchtes Spiel, sagen wir, Xenoblade Chronicles zum Beispiel für die Wii, eines der besten RPGs der letzten Generation oder eigentlich der aktuellen noch, sofern wir die Wii U jetzt nicht mitrechnen und so jemand würde nie auf die Idee, also würde nie zu diesem Spiel kommen, weil es einfach nicht möglich wäre, dass man das günstig bekommt. Die Publisher könnten die Preise von Spielen oben halten viel länger, weil der Gebrauchtmarkt eigentlich nicht da ist und so weiter. Es ist, wie gesagt, es gewinnen meiner Meinung nach die Großen und die Kleinen verlieren und wir sind leider ein Teil der Kleinen, wir sind die Konsumenten, aber wir können uns dagegen wehren, indem wir das Ganze einfach boykottieren und sagen, okay, wenn ihr solche Entscheidungen trefft für die Zukunft, dann sind wir leider nicht mehr mit an Bord, weil wir wollen unsere Freiheit zumindest bei den physikalischen Kopien, weil die Freiheit bei den digitalen Kopien ist uns sowieso schon vor langer Zeit genommen worden. Und ja, soviel dazu. Das ist sozusagen ein neues Format. Ich habe mir gedacht, ja, wir können mal hier und da auch einmal abreißen vom normalen Trot und mal schauen, was sonst in der Welt passiert. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr wie immer abonnieren oder gefällt mir drücken. Und was ganz wichtig ist, eure Meinung zu dem Thema ist sehr interessant, deswegen schreibt das runter in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinung, vielleicht gibt es ein paar positive Diskussionen. Ich will jetzt nicht, dass irgendwer anfängt, ja, Playstation 4, bla bla bla, kauft euch einen Xbox. Das ist uninteressant. Wir sind alle Spieler, wir sitzen alle im selben Boden. Das ist ganz egal, ob ihr jetzt auf der Wii zockt, auf der Playstation oder auf der Xbox. Im Grunde sind wir alle Zocker und wir sollten uns auch dementsprechend benehmen, weil es hat keinen Sinn, wenn wir jetzt anfangen, Eier mit Eiern zu vergleichen und meinen, dass meine Eier ist schöner, weil es größer ist oder meine Eier ist besser, weil es schmaler ist oder meine Eier ist besser, weil es leichter ist. Mein Gott, es soll jetzt keine Anspielung auf Hoden sein oder so. Auf alle Fälle, ja, haut eure Meinungen in die Kommentare und ja, soviel dazu, danke fürs Zuschauen. Vielleicht gibt es demnächst wieder so ein Video, falls das gut ankommt, werde ich es wahrscheinlich machen. Falls nicht, pff, wahrscheinlich nicht. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.